Hallo und Willkommen, ich bin gerade rein, wie ihr seht, es ist natürlich noch mal Zeit für Azulein. Lasst uns direkt mal reinspringen, denn wir haben heute viele Themen. Aber bevor wir losgehen können mit den Themen des Tages, eine Kleinigkeit, die ich letztes Mal nämlich vollkommen nicht vergessen habe, aber ich habe sie versehentlich rausgeschnitten danach, und zwar folgendes. Ihr erinnert euch vielleicht noch an letzte Woche, wo ich dieses Schiff vorgestellt habe, und man soll ja gewisse Flieger mit ihr mitnehmen, weil die dann einen gewissen Bonus davon bekommen, eben wenn sie bei ihr starten. Genau, diese Albacore. Jawohl, genau, exakt. Und ich hatte ja gesagt, dass diese hier nur noch mutan in einem gewissen Event abzustauben wären. Dem ist nicht wirklich so. Denn diesen Divebomber kann man tatsächlich auch im Gear Lab eben forschen gehen. Ich wollte nur kurz darauf hingewiesen haben, weil letztes Mal nämlich auch einer was drunter geschrieben hat diesbezüglich, was ich ein bisschen unterm Tisch gekehrt habe. Aber ja, man kann Albacore eben auf diesen Wege erhalten. Aber nun hin zu Sachen, die auf jeden Fall neu sind. Wenn nämlich hier oben dieses Fenstergleis sich erinnert, sehen wir nämlich, ja, Moonlit Overture ist im Spiel aufgeschlagen. Eben im War Archive. Was heißt das? Ganz einfach. Wir müssen unter Battle gehen, hier auf War Archives klicken, hier oben auf SP wechseln, und dann sehen wir, wenn wir ein bisschen runterscrollen, nämlich genau das. Moonlit Overture ist hier aufgeschlagen und von hier aus können wir eben, wenn wir hier oben die Keys benutzen gehen, uns zeitlich begrenzt Zugang verschaffen und quasi das Ganze nochmal durchspielen. Muss man das, wenn ihr es damals getan habt, nicht? Obwohl hier 0% steht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe es definitiv durchgespielt. Aber ja, da können wir eben diese ganzen Stories nochmal erleben, wenn wir denn wollten. Und natürlich ein bisschen was an Loot abstauben gehen. Mh, hm. Um das vielleicht mal kurz im Wiki zu zeigen, bevor ich nach dem Kopf abgerissen kriege von YouTube, nämlich. Die Idee ist ja folgendermaßen. Vorher war das Event ja durchaus selber im Spiel gegeben. So weit, so gut. Problem ist, wenn eben dieses Event einmal stattgefunden hat und danach der Rerun stattgefunden hat, geht dieses Event eigentlich permanent aus dem Spiel. Wir kriegen es normalerweise nicht nochmal. Und der War Archive ist quasi für uns eine Möglichkeit. trotzdem die alten Events, die schon lange vorbei sind, trotzdem nochmal zu spielen. Ist nicht unbedingt zwangsweise nötig, aber ich meine, schön, dass wir es gemacht haben. Weil ich kenne gewisse andere Spiele, da kann man nur ein einziges Mal ein Event mitmachen, beziehungsweise einen Rerun auch noch. Und danach geht es permanent aus dem Spiel und es kommt nahezu nie wieder. Ja, und das ist natürlich eine schöne Sache, dass man wenigstens die Sache sich schon ein bisschen ansehen kann. Aber ja, das sind eben die drei neuen Schiffe, die aufgeschlagen sind. Und lasst mich mal kurz die... Genau, hier ist glücklicherweise der Link auch zum War Archive. Weil die Sache ist hier natürlich ein bisschen anders, weil man sollte nicht von der normalen Event-Karte ausgehen. Man muss wirklich bei War Archives runtergehen. Weil da beschreiben sie es, wie es momentan nämlich im Spiel dann aussieht. Weil in der Regel ändert sich da ein bisschen was. Loverland, wenn man besonders kommt. Meine Fresse, ich habe schon viele Events, die in War Archives so aufgeschlagen sind. Obwohl das natürlich ein kleineres Event nur ist, aber... Ach jo, das haben wir es schon. Moon in the Lover Tour. Ja, Prelude Under the Moon. Wobei hier steht JP Only. Ich glaube, das können wir ignorieren, weil für uns ist es ja jetzt aufgeschlagen. Wie dem auch gerade sei. Das wären jetzt eben also die Schiffe. Und wie es aussieht, kriegen wir zwei von denen aus dem Merit Shop. Und einer kommt aus dem Core Datastore. Nämlich Astoria. Gut, werden wir uns gleich eh noch ansehen. Weil diesbezüglich hat sich ein bisschen mehr getan auch. Weil diverse Schiffe sind nämlich aus dem Baupool rausgeschmissen worden. Bei leicht, mittel und schweren oder Spechelschiffen eben. Und die sind alle mehr oder weniger jetzt auf diese Shops verteilt worden. Was unter Umständen ein bisschen wichtig ist. Kann ich auf die alle heute eingehen? Wahrscheinlich nicht. Wir gucken uns aber erstmal hier diese drei Schiffe an. Aber ja, das wäre jetzt eigentlich das Wichtige hier zu wissen. Das ist also, was wir abstauben gehen können. Klicken wir mal kurz hier drauf. So, Astoria wäre das schon mal ein schwerer Kreuzer eben von der Eagle Union. Und ja, ich tue jetzt nur quasi für diese Schiffe sehr ins Detail gehen. Weil für die ganzen, ganzen anderen Schiffe, die wir uns gleich ansehen werden, packe ich mir ein paar raus, wo ich denke, dass ich dazu was erzählen kann. Wenn sie mit New Orleans-Class Schiffen unterwegs ist, bekommen die alle nämlich einen Bonus. Und zwar nämlich plus 20% auf Treffergenauigkeit und Flugabwehr. Und plus 10% Feuerkraft. Was eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber lasst uns kurz auf den Blick drauf schmeißen, wer zum Hänger sind überhaupt diese ganzen New Orleans-Class Schiffe. Das wären Hidia also alle. Astoria wäre dabei. Minneapolis wäre dabei. New Orleans, macht vielleicht Sinn. Quincy, San Francisco und Vicencers. Mhm. Ja, also zum Buffen dieser Schiffe wäre vielleicht sie mitnehmen nicht unbedingt völlig verkehrt. Its Modus-Skill wäre gewesen Protective Armor. Reduziert den Kanonenschaden von Zerstörern und leichten Kreuzen auf dieses Schiff bei 20%. Ja, das wäre ja... Wobei, wenn, ja, ich meine, Zerstörer haben meistens was mit Tropädis zu tun, deswegen, ja. Aber besser als nix. Und wir haben noch ein All-Out-Assert, wo eben nach einer gewissen Schussfolge eben Special rausgehauen wird. Meistens so Dauerfeuer. Okay. Dann hätten wir auch Quincy. Mhm. Heavy Cruiser, auch wieder Eagle Union. Wunder, Bärchen. Ach, was ist das wieder schön, übersichtliche Skills zu haben. Als erstes hat man nämlich Full-Fire-Power. Alle 20 Sekunden haben wir eine bis zu 60% Chance plus 40% Feuerkraft zu kriegen. Was eigentlich ziemlich nice ist. Gerade für einen Heavy Cruiser vor allem, die eh meistens die beste Feuerkraft haben, wenn man nicht gerade vom Battleship ausgeht. Aber wir reden ja von den vorderen Schiffen, nicht wahr? Und ansonsten haben wir noch hier Protective Armor, was natürlich wieder den Gun-Damage oder auch Kanonenschaden eben reduziert. Von Zerstörer und leichten Kreuzungen bis zu 20%. Und am Ende wieder ein All-Out-Assert. Schön. Und dann kämen wir zu Vicensis, wie ein Heavy Cruiser von Eagle Union. Und jetzt seht ihr schon, die meisten Schiffe eben auf der Liste waren tatsächlich die, die bei dem Event mir eh mit aufgeschlagen sind. Deswegen, die drei Schiffe zusammenpacken ist vielleicht interessant, aber nicht zwingend nötig, würde ich mal gerade sagen. Gucken wir uns die Skills von ihr noch an. Mensch, das habe ich auch bis eben schon mal vorgelesen. Der Fullfire Power, alle 20 Sekunden haben wir 60% Chance, 40% Bonus Feuerkraft zu kriegen für die nächsten 10 Sekunden. Cool. Protective Armor, ja, 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 der Schaden von den ganzen Geschossen eben, von Zerstörer und Cruiser geht um 20% runter. Oh, non, 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 salt, jawohl, haben wir alles hier. Ist quasi eine Kopie von einem gewissen Schiff, was wir gerade schon gesehen haben. Ja. So, und dann wären es diese Schiffe, die bei dem Event aufgeschlagen sind. Aber, aber, ich habe ja gesagt, es wären noch andere Schiffe unterwegs und darauf geben wir jetzt ein. Beziehungsweise, wir fliegen kurz über die hinweg, weil das sind verdammt viele. Und damit bin ich mal rübergesprungen, eben zu den Recent News. Denn hier hat sich tatsächlich, wie gesagt, epochal beinahe was getan. Die ganzen Schiffe, die wir gleich nämlich auf dem Bildschirm sehen, auch die unterste Reihe, die man nur halb sieht, darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Diese ganzen Schiffe können wir jetzt nicht mehr im Spiel bauen. Die sind aus den jeweiligen Konstruktionspools entfernt worden. Auch die hier unten, wie gesagt, da gehe ich gleich genau drauf ein. Mit Ausnahme vielleicht von den beiden hier, weil da steht nämlich extra, dass er eben nur bei den japanischen und chinesischen Servern entfernt worden wäre. Nicht bei uns. Das muss man vielleicht ein bisschen darauf achten, dem Zusammenhang, aber ansonsten, die sind alle überall rausgeflogen. Aber das Schöne ist, wir können sie an anderer Ecke im Spiel eben wieder erhalten. Das Gute ist, es wird auch darunter immer jeweils direkt bezeichnet, wohin. Zum Beispiel der PvP-Shop oder der Medal-Exchange-Shop. Das ist normal die Medals, die man kriegt, wenn man eben Schiffe in den Ruhestand schickt. Merit natürlich PvP-Gildenshop, wenn ihr in der Gilde seid und so weiter und so fort. Dort sind die jeweiligen Schiffe jetzt eben in die Menüs reingetackert worden. Und kann ich irgendwas Sinniges zu dem Ganzen sagen? Ist irgendwas Wichtiges an Schiffen dabei? Was man sich vielleicht unbedingt holen müsste? Das könnte ich gemein sagen, eigentlich nicht. Aber okay, von denen, die ich benutzt habe, auf jeden Fall kann ich jetzt zwei, da würde ich verlieren. Diese beiden hier, Ninghai und Pinghai, haben beide einen Retrofit erhalten. Und wenn sie vor allem zusammen in einer Flotte sind, buffen sie sich gegenseitig. Ich glaube, sie machen jeweils 35% mehr Schaden, wenn sie zusammen halt hantieren. Und meistens packt man noch ein drittes Schiff dazu, kann man bei manchen Meterübersichten noch von damals ein bisschen sehen, dass diese drei immer zusammen sind. Heute gibt es natürlich andere chinesische Schiffe, die wahrscheinlich ein bisschen besser sind. Aber trotzdem buffen die sich sehr gut hoch. Nur der einzige Nachteil von den beiden ist, und auch dieses andere Schiff, die sind als Vanguard-Flotte relativ langsam in Bewegung. Die packen zwar ziemlich Dauerfeuer aus, aber sie sind relativ langsam. Also nichts für Leute, die ausweichen wollen, irgendwann mal zwischendurch. Es ist ja, man baut was an, damit sie schneller sind. Aber das wäre jetzt hier die Geschichte mit denen. Die meisten anderen habe ich hier aus der Ehrreihe sonst gar nicht großartig benutzt. Und fast das Gleiche trifft auf die zweite Reihe zu, mit zwei Ausnahmen, und zwar Z25. Warum Z25? Warum ist das das einzige aus der Reihe fast? Ganz einfach. Das Schiff hat eine Fähigkeit. Und zwar wird der Schaden auf euer Flaggschiff um bis zu 25% reduziert. Und solltet ihr, so wie ich, eine zeitlange das Problem haben, dass eben das immer der Fall ist, mit diesem Schiff wird es deutlich besser. Ja, es macht zwar sonst nicht schrecklich viel, es ballert halt um sich, aber dadurch, dass eben das, äh, euer wichtige Schiff oben in der Mitte halt länger am Leben bleibt, ist das vielleicht eine Idee. Vielleicht eine Idee. Und das einzige andere Schiff hier, wo ich jetzt zwei, drei Sätze zu erwähnen wollen würde, wäre... Atago, natürlich. Nicht nur, dass sie tatsächlich so ein OG-Charakter ist, der, die ja schon doch länger im Spiel gegeben ist, nein, nein, sie hat auch ein paar sehr coole Fähigkeiten. Fairerweise muss man sagen, man kann die nicht immer ausnutzen, aber trotzdem. Und zwar ist sie eine, ja, ist Asunist. Nämlich, wenn sie mit HE-Waffen schießt, macht sie mit mehr Schaden. Bis zu 15%. Und sie hat eine 12% höhere Chance, eben Gegner anzuzünden. Und die Gegner brennen auch noch bis zu 50% mit mehr Schaden. Deswegen, sie ist so wie, ja, ja, Firestarter. Sie will jeden das alles abfackeln. Und, äh, zwischendurch schießen sie so Torpedos eben zweimal ab. Nämlich mal 30% Chance. Und sie hat noch so ein All-Out-Assert, wo sie, wie es aussieht, aber noch... Bisschen Evasion an sich vergibt. Nämlich 10% beim allerersten Mal, wo sie es benutzt. Alles zusammengesehen, nicht unbedingt verkehrt. Gibt es bessere Schiffe als sie? Jo, aber sie ist eben... Sie ist eben sehr knuffig. Sagen wir mal gerade so. Und das wäre es von den Schiffen hier oben. Aber die meisten anderen habe ich tatsächlich überhaupt kaum benutzt. Deswegen kann ich zu denen gar nichts Guter erzählen. Und ich gehe auch nicht auf All-Out-1. Das ist immer früh nämlich noch hier. Allerdings müssen wir ein bisschen runter scrollen, weil diese Schiffe hier, die sind tatsächlich schon ein bisschen spezieller, möchte ich bei einer sagen. Wie ihr seht, die sind auch jeweils überall rausgeflogen. Die kann man also so im Spiel, wie gesagt, nicht mehr bauen. Aber, wie gesagt, wir können sie an andere Ecken ja hierher kriegen. Zum Beispiel die ganzen letzten hier alle aus dem Guild-Shop. Und der Rest verteilt sich auf andere Sachen. Manch von dem kann man witzigerweise aber eben auch von gewissen Kartenfarmen gehen. Glücklicherweise steht das hier jeweils mit dabei. So, gehen wir am besten von den Schiffen aus. Heden, die drei. Die haben zwar hier die beiden dackern fies um sich, aber noch hinter das U-Boot nie ausgepackt. Die sind nur quasi da. Nicht unbedingt, was ich empfehlen wollen würde in irgendeiner Flotte, obwohl sie toll sind. Übrigens, das ist kein Zerstörer. Das ist ein Battleship. Sie ist ein Battleship. Ich weiß es ganz genau, weil ich hatte sie nämlich eine Zeit lang in der Flotte. Sie ballert eben mit Big Seven wahnsinnig um sich. Und wenn sie wenige Lebenspunkte hat, macht sie noch mehr Schaden. Das war's. Aber dafür ist es ein bisschen wenig für ein Battleship. Wir werden auch gleich sehen, was ich aber meine. Aber ja, sie ist eigentlich ein Battleship. Gut. Der einzige Schiff hier, was ich auf jeden Fall nicht unbedingt empfehlen würde, aber was ich toll finde, ist Admiral Graf Spee. Weil sie ist nur dazu das einzige... Es gibt zwei Schiffe mutter im Spiel, die standardmäßig von den Deutschen nämlich folgendes tun. Sie haben nämlich den lustigen Skill Pocket Battleship. Sie haben eigentlich ein viel zu großes Geschütz in Anführungsstrichen auf dem Schiff drauf. Das Ding hat einen ehrwitzig langen Cooldown, aber weh, das Ding mal schießt. Gerade gegen Zerstörer und leichte Kreuzer plus 35% Schaden damit abfeuern. Bäm, sag ich nur. Ich weiß, das sagt der Skill jetzt nicht aus, aber sie trägt tatsächlich eine Waffe normalerweise, die ein bisschen groß ist und deswegen wahnsinnig Cooldown hat. Trotzdem mit dem Skill zusammen große Löcher. Ansonsten noch ein All-Other-Sold. Das ist eigentlich ziemlich nice. Deswegen schmeiß ich sie auch gerne in die Hinterflotte mit rein. Ist nicht unbedingt das beste Schiff aller Zeiten, aber ich mag sie eben. Fertig aus. Tierpitz ist auch rausgeflogen, ein bisschen bedauerlich, würde ich sagen. Mit Bismarck zusammen ist sie richtig böse, ohne... Nicht so toll. Warum sag ich das? Sie hat dummerweise ein Skill, wo extra drauf eingegangen wird, dass sie am liebsten ohne andere Battleships oder Battlecruiser rumdüst. Und dann kriegt sie einen Bonus von bis zu 30%. Hm. Der Witz ist allerdings bei ihr... Okay, ja, diese Flugzeug-Battleships zählen nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass die Deutschen viel davon haben. Nur die Japaner haben die, glaube ich. Zumindest die meisten davon. Nein, was ich sagen will, wenn sie mit Bismarck zusammen ist, kriegt sie von ihr plus 40%. Deswegen ist hier der Skill quasi irrelevant, weil sie kriegt einen besseren Bonus durch Bismarck, als was sie hier verliert. Und ansonsten hat man magnetische Torpedos, die zwischendurch über die Karte düsen und Gegner ein bisschen verfolgen. Das ist eher uninteressant. Aber ansonsten ist es... Es schießt gerade mit... Ähm... Deswegen lasse ich es auch gerade. Duke of York habe ich eine Zeit lang benutzt. Ich war nicht davon überzeugt. Nicht wirklich. Ich meine, manche der Skills von ihr, die sehen nicht schlecht aus. Ich meine, wenn sie auf maximaler Stufe ist, alle 20 Sekunden eine Special Barrage raushauen. Ja. Die Gegner ihre Geschwindigkeit reduziert. Ja. Aber in meinen Augen ist das zu wenig, ganz ehrlich gesagt. Alles in allem gesehen. Und ja, wenn sie öfter mitgenommen wird, macht es auch immer jedes Mal mehr Schaden, wenn sie schießt. Aber trotzdem. Im großen Zusammenhang, meine ich, wäre sie immer auf dem absteigenden Ast gewesen. Es gibt einfach Battleships, die ein bisschen mehr auf die Reihe kriegen als sie. Wobei, wie gesagt, ich habe sie halt zu oft benutzt, habe gesehen, auch vom Schaden her, vergleicht zu anderen Schiffen in der Flotte, sie ist eben nicht ganz da. Und damit kommen wir zum letzten Schiff, wo ich jetzt drauf eingehen wollen würde, nämlich Mikasa. Was ist an Mikasa toll? Davon abgesehen, dass es Sakura Empire ist, was schon mal sehr nationell ist. Nein, nein, was völlig anderes. Nämlich eher das Skills. Weil Reborn Combined Fleet Flagship ist wohl der derbste aller Zeiten, nicht unbedingt aller Zeiten. Aber das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. A hat seine Fähigkeiten, 12% Chance, den halben Schaden nur zu fressen, wenn sie was abkriegt. Das ist nicht schlecht. Und jetzt geht es nämlich weiter gerade. Wenn sie ein Flaggschiff sein sollte, wird die Feuerkraft, die Nachladegeschwindigkeit von allen alliierten Sakura Empire Schiffen um bis zu 20% erhöht. Ja, nee, ne? Das ist Feuerkraft und Nachladen? Der war Shit, sag ich nur. Wenn man so eine Daka-Daka-Daka-Flotte reinschmeißen will, sie als Flaggschiff dabei haben, ist wirklich nicht verkehrt. Mein Problem ist nur, ich habe ein gewisses anderes Flaggschiff immer und sie macht alles kaputt, wenn sie alles eben schießt. Aber ansonsten wird der Buff natürlich sehr nationell. Ansonsten haben wir noch hier T-Cross-Formation. Wenn sie eben ihr Hauptgeschütz abfeuert, haben wir 60% Chance, dass der Schaden von allen anderen Battleships und Battlecruiser um bis zu 20% erhöht wird für die nächsten 8 Sekunden. Dummerweise auch diese erwählichen Battleships zählen nicht mit rein. Ist auch vollkommen egal, weil auch dieser Buff ist nicht schlecht. Das heißt, wenn man so bufft schon ziemlich was durch die Bank, muss man auch gerade sagen. Gerade andere Battleships in der Flotte dank des Buffs hier oben ja auch, wenn es vor allem Sakura-Schiffe sind, dann ballern die wirklich ziemlich um sich, vor allem wenn die immer, ich sag mal, halbwegs zusammen rumschießen. Deswegen ist es ein tolles Schiff, sofern man nicht ein gewisses anderes gerne benutzen möchte. Und das wäre auch alles, was ich hierzu erwähnen würde. Wie gesagt, sind es immer morgen früh noch her, wenn ich jetzt andere Schiffe ansprechen will. Aber ja, so sieht es momentan aus. Die sind halt überall anders hin verteilt worden. Und ich hätte fast gesagt, wir gehen weiter zu den Skins, aber halt, da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich anmerken wollte, so als kleine Vorschau für Dinge, die bald bei uns im Spiel aufschlagen werden. Wollen wir nicht nur in die Vergangenheit gucken, sondern gucken wir kurz in die Zukunft. Auch wenn es nicht zu viel ist, aber Aurora Noctis Rerun haben wir bald am Start. Vom 14.04., wie es aussieht, bis zum 20.04. Sollte sie dort bei droppen, was durchaus sein kann, dann empfehle ich auf jeden Fall für sie zu ziehen, weil es ist ziemlich gut. Hier, sage ich schon mal, sage ich schon mal vorne weg. Wobei, Aurora Noctis, lasst uns kurz mal gucken gehen, weil das Event ist ein Rerun, Kennzeichen, da müssten wir ja wissen, was das ist. Mit den Worten, the power of the wiki, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, holy shit. Ja, ne, hier sind auf jeden Fall ein paar Schiffe bei, die auf jeden Fall, auf jeden Fall auf der einen oder anderen Wunschliste von Leuten stehen wollen würden. Wir gucken sie heute uns nicht an, das machen wir nächste Woche. Aber hier, da sind auf jeden Fall ein paar Schiffe bei, die wirklich, wirklich gut sind. Gerade Perseus ist wahnsinnig zuckerhaft und ich meine mich zu erinnern, dass Hohe auch ziemlich cool ist. Weil sie ist neben Hood, glaube ich, einer der Schiffe, die auch gerne mal Geschwindigkeit von Rumgeschieße an einer Vatale gehen kann. Ja, meine ich mich sehr zu erinnern, deswegen. Hier sind auf jeden Fall ein paar gute Schiffe bei. Ausgezeichnet, würde ich schon mal sagen. Wie gesagt, nächsten Montag, wahrscheinlich. Dazu dann ein bisschen mehr. Und wie hätte es anders sein können, dadurch, dass natürlich jetzt wir gewisse Schiffe nicht mehr als Event, sondern eben permanent im Spiel haben, sind auch deren Skins eben jetzt permanent im Spiel. Nämlich von Astoria natürlich, von Quincy. Und natürlich von ihr auch. Ausgezeichnet, mehr oder weniger Schuluniform, wenn es dann unbedingt sein muss. Jo, dann wären wir wieder fertig für heute. Danke für die Super-Schauen zuhören. Das von G3 und so viel zum Thema erstmal wieder. Asulane und der Dinge, die jetzt neu ins Spiel gekommen sind, beziehungsweise Dinge, die uns bald erwarten werden. Ja, ich weiß, ich habe auch schon gesehen, dass gewisse Sachen gespoilert wurden von einem komplett anderen Schiff, von einem Event in der Zukunft. Aber wir gehen darauf ein, wenn es dann soweit ist. Von so gewissen Kurfürst-Frage-Zeichen. Genau. Bis die Tage also erstmal. Und tschau. Bis zum nächsten Mal.